Und das ist der Grund, warum so viele Projekte auch scheitern. Nach einer Studie sind es 76% der Kunden, der Entscheider, die hier sagen, das ist ein super schwerer Prozess gewesen. Warum Verkäufer, gerade von technisch komplexen Produkten und Dienstleistungen, mit ihrem Angebot zum Kunden fahren, mit ihrem schriftlichen Angebot zum Kunden fahren, um dieses dann zu erklären. Darum soll es in diesem Video gehen und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Hornschuh, ich bin Geschäftsführer der Hornschuh Consulting und wir unterstützen Unternehmen mit technisch komplexen Produkten und Dienstleistungen beim Auf- und Ausbau eines effizienten Vertriebes. Und naja, wenn wir mit unseren Kunden die Zusammenarbeit starten, dann prüfen wir natürlich genau ab, so wie arbeitet ihr denn im Moment. Und da kommt fast immer so diese Geschichte, ja, wenn wir dann unser Angebot geschrieben haben, dann fahre ich da sehr gerne mit zum Kunden und gehe das Angebot gemeinsam mit dem Kunden durch. So, das machen sehr, sehr viele und ich möchte an der Stelle einfach mal, ja, meine Meinung dazu sagen, ja, warum ich das falsch finde, ja, und welche Gefahr auch dahinter steckt. Und ich fange vielleicht gleich mal an mit dem Punkt, dass Angebote von komplexen Produkten und Dienstleistungen meistens sehr, sehr lang sind. Die sind ebenfalls sehr komplex. Das sind also dann Stücklisten und Beschreibungen und Zeichnungen und keine Ahnung, ja, da sind also Angebote durchaus mal 30, 40 Seiten lang, vielleicht sogar noch länger. Und da denkt man sich natürlich, naja, also so ein komplexes Angebot, das muss ich auf jeden Fall erklären. Und genau das ist ein Problem. Wenn du dein Angebot erklären musst, dann ist das Angebot nicht gut. Und da möchte ich gerne ein bisschen tiefer reintauchen in das Thema. Ja, und zwar, es wird wahrscheinlich so sein, dass du, wenn du jetzt eine Anfrage bekommen hast und dann deine Bedarfsermittlung machst und sprichst mit einem Techniker, sprichst meinetwegen vom Kunden oder einem Projektmanager, wie auch immer, dass du mit dem wirklich alles klärst, was das Technische betrifft, ja. Du machst also wirklich eine tiefe Bedarfsermittlung im technischen Bereich, ja. Und dieser Gesprächspartner, der ist auch relativ schnell begeistert und hat, wie wir das nennen, eine Liedreife. Ja, der ist also reif für sich, aus seiner technischen Sicht zu sagen, hey, das ist das Richtige für uns, jetzt brauche ich ein Angebot. So, das ist die Situation. Dann hast du vielleicht noch Gespräche mit zwei, drei anderen Leuten und die gehören ebenfalls zu den Entscheidern. Aber die Frage ist hier wirklich, hast du die genauso gut abgeholt? Denn die kannst du ja technisch nicht abholen. Also einen Geschäftsführer, den musst du ja ganz anders abholen in deinem Thema als ein Techniker oder ein Projektleiter, ein Anwender, ja. Der Geschäftsführer hat vielleicht eine ganz andere Sicht auf das Problem als der Techniker. Und je nachdem, wer da noch dazukommt, Sicherheitsfachkräfte haben wieder eine andere Sicht auf das Problem und auf den Lösungswunsch. Und was hier oft falsch gemacht wird, ist, dass man zwar die Liedreife des ersten Ansprechpartners durchaus hinbekommen hat, aber die anderen Entscheider, die sind noch nicht so richtig im Boot. Und jetzt kommt ein Angebot. Und dieses Angebot erklärst du entweder vor der versammelten Mannschaft, das ist ja dann schon mal besser. Aber jetzt sagen wir mal, du erklärst es vielleicht auch nur mal erst deinem direkten Ansprechpartner. Und dann gehst du das alles mit ihm durch. Und was passiert dann mit diesem Angebot? Dieses Angebot kommt zu den anderen Angeboten. Und dann gibt es irgendwann ein Meeting beim Kunden. Und in diesem Meeting werden diese Angebote besprochen. Und da sitzen dann Leute, die sind überhaupt noch nicht so weit, eine klare Entscheidung treffen zu können. Und die verstehen dein technisches Angebot erst gar nicht. Und wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Angebote, die ähneln so einer Mischung aus Stückliste und Steuererklärung. Keiner kapiert das. Da steht überhaupt nichts drin in Sachen strategisches Narrativ. Wettbewerbsvorteile. Wie ist genau das Problem verstanden worden? Hast du auch das Problem hinter dem Problem verstanden? Und wie wünscht sich der Kunde die Lösung? Warum habt ihr überhaupt dieses Projekt gestartet, lieber Kunde? Das sind alles Fragen, die müssen nicht nur beantwortet werden, sondern die müssen dann auch dem Buying Center präsentiert werden. Also die Antworten auf diese Fragen. Und erst wenn du das gemacht hast, wenn du also vielleicht ein Meeting gemacht hast, wo du dann, bevor du dein verbindliches Angebot abgibst, deine Lösung pitchst, wo du also wirklich mal in einer halben Stunde alle Leute im Buying Center abholst, weil du vorher auch mit jedem gesprochen hast und dann eine Präsentation an die Wand wirfst, die Kinder 50, 60 Folien hat, sondern vielleicht nur 5 oder 10, ja? Wo du den Leuten genau erklärst, pass auf, ich habe euch so und so, habe ich euch verstanden. Das ist euer Problem. Das ist das strategische Narrativ, also das ganze große Ziel. und das ist meine Lösung dafür. Dann holst du die alle ab. Die müssen das verstehen. Und danach kannst du ein Angebot abgeben zu dieser Präsentation und dann musst du das auch nicht mehr erklären, weil du vorher von den Leuten das Commitment bekommen hast, jo, genau das wollen wir haben. Jetzt brauchen wir es nur noch angeboten. Das bedeutet, verlass dich niemals darauf, dass dein Ansprechpartner, mit dem du dieses Angebot besprichst, dass der imstande ist, jetzt dieses komplizierte Angebot seinem Chef zu erklären. Das kann der nicht. Der ist kein Verkäufer. Und das ist der Grund, warum so viele Projekte auch scheitern. Nach einer Studie sind es 76% der Kunden, der Entscheider, die hier sagen, das ist ein super schwerer Prozess gewesen, hier eine Entscheidung zu treffen. Die sind absolut unzufrieden, weil die Lidreife einfach auch mangelhaft war. Die fühlten sich gar nicht abgeholt. Da solltest du unbedingt mal rangehen. Wenn du dazu Fragen hast, dann können wir uns da sehr gerne mal drüber unterhalten. Buch dir einen Termin auf hornschuhconsulting.de und ja, dann sprechen wir uns mal. Und bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut. Ciao. Ciao.